folgendes video ist nicht für zuschauer unter 18 jahren geeignet ne schaut euch das an auf jeden fall ich hoffe es wird gut ich habe es noch nicht eingesehen es geht um das nächste kapitel von battlefield 5 endlich kommen neue fraktionen hinzu und ich hoffe es wird gut ich hoffe einfach es muss gut werden wir sind cool of duty fuzis in den arsch treten kann ich mag cool of duty 5 krieg im pazifik los geht's und japaner Boote auf jeden Fall, Boote, wenn du damit viermal draufsinken kannst. Ja, die ist mit Ex-Personenwissen. War das ne neue Granate? So lange werden wir verlieren wollen. So nah? Oh ja. Wo ist denn? Ich habe ganz viel anzuschicken. Och, wie hoch? Nein, zwei Träger. V1? Du wirst bis zum Zweifel. Nee, Halu, das ging vorher noch nicht. Jetzt, jetzt sehe ich wieder, du kannst nicht funktionieren. Was war das? War das gerade ne Ankündigung für Elite Kids? Das war doch. Das war doch. Nice. Die Insel kennen wir. Die Insel haben wir gesehen am Schluss, ne? Wo diese ferngesteuerte Bombe darunter kam. Die kennen wir die Insel. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, nice. Es wird gut, ja. Muss wieder anfangen Battlefield zu spielen. Scheiß auf GTA. Sorry. Oh, so ist es halt. Oh, so ist es halt. Was war's. Was ist ja auch hier. Was ist vor allem?